Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Experiment. Heute nehme ich euch ja mit ins Fußballstadion. Ja, dazu müssen wir aber erstmal dahin. Ihr seht, ich bin gerade noch in Österreich. Ich fahre jetzt erstmal bis Nürnberg. Ja, und morgen dann früh von Nürnberg bis Magdeburg. Wir sehen uns im Stadion wieder. So, da wären wir nach nun mehr als zwölf Stunden Fahrt. Ja, unsere Form ist gerade nicht so geil. Und Münster hat in den letzten beiden Spielen zusammen neun Tore geschossen. Ja, hoffentlich geht das gut heute. Aber ich sag mal so, wir sind nicht umsonst weiter. Also, ich glaub dran. Ja. Überraschung Tut die Lerner, 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 Lerner! UNTERTITELUNG Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Das ist doch nicht wahr, ist doch nicht wahr! Meine Fresse ey! Der sieht gut aus, der sieht gut aus! Ach so! Schöne Nacht! Schöne Nacht! Ja, klar! Ja, klar! Ja, klar! Ja, klar! Ja, klar! Erster FC Magdeburg! Ja! Nichts sagen! Danke! Nichts! Erfolgreich war der Spieler mit der Ecke Nummer 15! Tobias! 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 feldorf! 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 Witz pam! Witz pam! feldorf! Feldorf! Stoperebeam! 眼ach, fiindro! Der Dücker, der schaut, der guckt und der findet Christian Beck! 3-1 Magdeburg! Auch wenn er zentral einschlägt, für meinen Geschmack nicht zu halten, da zu schnell und zu perfekt getroffen von Beck. Wir haben die 33. Spielminute und wir haben einen neuen Spielstand. 1. FC Magdeburg! Münster, erfolgreich war der Spieler mit der Rücken Nummer 11. Christian! 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 Danke! Konzentration, 20-1-Games! Das ist schafft! Ich sch aan die He nuance Premium. L drifting de objectiv 돼. Knaum und kwalers zum KomikUM Hey, Hey, L kier! Zwei-Zuhrer Mit der Volksgegen bin ich doch von uns in Orden. Mit der deutschen Kontinuität, der Superiorball, die in der deutschen Ballen sind offenbar. Mit der anderen, die in der deutschen Kange sind die Eine. Mit der anderen, die in der deutschen Kategorie sind die eine! Mit derAfee hinzu können Sie nur noch das sein. Mit der deutschen Kategorien sind die Erwanderung starke. Mit der deutschen Kategorie ist die eine. Mit der deutschen Kategorie ist die Erfahrung, Wir sind in der Welt, 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 wir sind in der Welt. Der 1. FC-Mann-Touch sagt Danke an 15.166 Zuschauern. Dankeschön. Der 1. FC-Mann. Magdeburg, wir haben einen ersten, ersten FC Magdeburg, Müsser, Denker, Denker! Untertitelung des ZDF, 2020